Hallo Freunde, jetzt spielen wir die nächste runter. Am nächsten Tag. Wir haben auf weitere Tage schon vorgespielt. Meine Frau hat hier das gemacht, alles hier eingeräumt. Sieht man auch, weil ich schmeiß alles rein. Sie tut es wieder anständig hinräumen. Und hier müssen wir halt ein bisschen nachbestellen. Weil hier ist auch wie das Kartoffelfäden. Kartoffeln haben wir keine da mehr. Mehl habe ich mir nichts mehr gehabt. Und Tommus. So. Ich fange an mit Mehl. Mehl. 1, 2. 1, 2. Und was hast du noch? Was hab ich gesagt? Mehl, 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 Mehl und Kartoffeln. Kartoffeln. 2, 1, 2. So. Uah. Keine 4 Kartoffeln. Gottes Wille. So. Ich hab' ich gekauft. Okay. Hab' ich schon gekauft. Und das jetzt... Ah, da ist es doch. Oh, da können sie Tomm. Der größte Wegstätten haben. Ich komm' gar nicht auf den Rand drauf. So. Drei Mal. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Die nächste Kartoffeln. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Weg damit. Und einmal Mehl nehmen wir und stellen uns nach unten. So. Und daraus bin ich glaub' ich auch komplett alle. Nein. Aber wenn ich auch denke, das kommt jetzt wieder. Nein, stelle ich auch noch unten ins Lager. So. Ja, da was ich zum Lager sein wollte. Ich hab' ich mich schon eine ganze Zeit gewundert. Im Lager ist es dunkel. Mhm. Von mir aus kannst du auch ruhig dunkel sein. Aber wenn es dunkel ist, ich hier nichts mehr, kann ich hier nichts machen. Ich hab' ich hier eine kleine Lampe reingesetzt. Wo ich jetzt was mache, wenn ich hier jetzt andrück' ist die Lampe auch in Lager an. Also eine steckt los für alle Räume. Das ist ja schon mal praktisch. So, was machen wir heute? Äh, eine Erweiterung? Ich glaub' aber es kostet mich 3000 Euro so eine Lagererweiterung. Wir spielen hier zwei Runden komplett. Ach, Schokoschips brauch' ich noch. Äh, zwei Runden komplett. Und dann baue mir vielleicht doch ein. Oder gucke nach neue Ware. Weil ich brauch' Platz für Regale. Weil ich hab' ja schon die Crew hier so blöd stehen. Weil mir gefällt das gar nicht wie die Crew. Das geht mir ein bisschen zu blöd'em Weg rum. Aber wie soll ich es sonst machen? Aber ich brauch' nämlich noch eine dritte Kasse. Weil es wird meistens voll. So. Die Karton schmeiß' mir weg. Öffne' nächstes Mal bitte an. Und dann guck' was man so machen kann. Alles mal als nächstes. Mal schauen. Ähm. Produkte gibt. Dieses Wort. Mit. So. Verwaltung. 2,8 kostet jetzt nächste Produktlizenz. Rechnung, 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 Rechnung. 6. Trabbensticks. Das scharfe Soße. Schokoladeneis. Ketchup. Mayonnaise. Und Cheesy Pizza. Käse. Cheddar. Das ist auch gut an. Wenn wir bei Level 30 sind. Oh, das dauert ja noch ewig. Boah. Ich hab mir Bier. 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 Chips. Hummus. Und Wodka. Wachstum. Kostet 2,6. Kann ich dann auch. Oh. 4,4. Es wird ja mal teurer. Die drei können ich doch machen. So. Jetzt komm' wir erst mal hier. Wie es hier weiter geht. Mh. 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 Muss mal nach Fleisch gucken. Ah, Pommes hab ich auch keine. Oh, da sind irgendwelche Eier sind hier denn. Eier, Eier, Eier. Milch ist auch keine mehr hier drin. Eier. Vierer. Ich will noch die Vierer Eier. Jetzt muss ich aber gleich mal runter gehen und gucken. Vierer, Vierer, Vierer. Nee. Zerrmaß. Ne, Eier. Muss ich das achten Eier. Die kann ich auch mit hoch nehmen. So. Ich muss vierer Eier bestellen und zwölfer. Vierer und zwölfer Eier brauche ich. Da hinstelle. So. Ich muss jetzt mal die Eier bestellen. Markt. Produkt. Eier. Eier. Iier. Zweimal. Zweimal. Komm mir bezahlt für acht Pickchen. Das ist der mehr. So. Das und die nechster. Das sind hier. Und hier. Der. jetzt haben wir hier noch die 12 ja es ist kein fleisch ist wieder besser so die reihe und ich denke da auf einmal komplett vier reihe auch weg auch was denn hier los nicht dass es wie vorhin einfach raus geht so hier haben wir jetzt auch weg so so guter Zucker in Weiß in Weiß in Weiß in Weiß auch der zucker uns besteht so pudezucker da muss ich auch mal nach preise gucken irgendwas wird hier erhöht ich habe es nur gelesen ja ja schön 31 euro oder sind die kleinen der kleine sushi habe ich hier noch ein sushi ja das ist jetzt die große so schießzohle noch kein Plan. So, sonst habe ich hier. Okay, das stimmt. Das passt. Das passt. Das passt auch. Das auch. Okay. 80. Das passt. Perfekt. Das passt auch. Das andere Wasser fehlt jetzt auch noch. 3,50. 4,1. Was ist das? 5,6. Was? 5,6. 5,5 Euro. 5,50 Euro. Das sieht es mir in dem Angebot. Okay. 5,90 können bleiben. 8,8 können auch bleiben. Hähnchen. 1,50 Euro. 1,50 Euro. So. 8,50 Euro ist gut. 2,50 Euro ist gut. 9,85 Euro ist gut. 1,90 Euro. Und hier unten. Genau. 3,50 Euro. 3,50 Euro ist gut. 3,50 Euro ist gut. 2,50 Euro ist gut. 2,50 Euro ist auch gut. 2,40 Euro. 2,60 Euro. Okay. Mozzarella. fünfer 30 ist ok, 6 ist ok, 4,50 ist auch ok, also bis jetzt, wie schwinge ich, ja, weiter gehen wir jetzt mal runter, 15,50 im Angebot. Salz, 3 Euro, ok, boah, die sind teuer gewonnen, 7,50, 4,30, 27, 20, der Roni, 7,50 im Schwiebelkart gemacht und er heißt, was ist, 6, 6, genau, so, ok, D, so, nun mit denen, 5,50, so, 4,10, 6, ist gut, und hier unten, 6 ist auch gut, 8, 6,50, boah, 4,50, für die gelbe die Preise mache, Öl, rot, das ist mir so, rot, 5, ja, muss ich so lassen, 13,60, ich habe schon 9 Euro, ich habe es genau mitbekommen, ich habe es hier, und, ja, 7, jetzt können wir jetzt müssen wir doch schon da geben, was alles verkauft worden ist, Käse, Orang-Grün-Soda, Gemüse ist alles noch da, Roni ist noch da, aber hier fehlt eben etwas, grüner Tee kann es sein, Ne, grüner Tee ist da, Tone ist noch da, sonst ist alles da, hier sind da, Milch ist da, was ist da, das ist auch noch alles da, jo, also können wir den zweiten Tag genauso weiter starten, Mozzarela, 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 Mozzarela fehlen noch, so, , Parmesan, alles Parmesan, Parmesan, und haben wir noch Mozzarela? Nein, so ist das nett. Hamas, Hamas. Ein grüner Käse haben wir auch nett. Hm. Mach ich da jetzt. Ich muss ihn bestellen. Haben wir hier noch was? Nein, nach Hause sieht hier nichts aus. Nein. So. Dann müssen wir erstmal den Hack beenden. Dass ich das alles nachbestellen kann. Oh, 11.000 haben jetzt. So. Jetzt brauche ich Zölfisch in der Käse. Weise Kaffee. Käse. Einmal. Dreimal. Und man. So. Einmal. Zweimal. Wir brauchen noch was. Kaffee. Weiß Kaffee. 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 Sola. Und Sushi. Klein. So. Fett haben. Eingekauft. So. So. Fett haben. Eingekauft. So. 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 Ist jetzt auch hier runter. Boom, 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 boom. Ist nicht groß, hier ist nicht klein. Dognutzer. Sushi. Ups, Sushi. Dann habe ich hier noch Sushi. Warum geht es denn da hin? Doch jetzt. Was habe ich hier? Ein Kaffee Rot. Da habe ich Macaroni. Das andere habe ich da. Noch den Käse. Hopp, hopp, hopp. So, junge Frau. Sie werden gleich in meinen Laden rein. Komm, bringen Sie Ihre Freundin mit? Einmal. Ich will nicht hier rein. Komm, ich will hier rein schütteln. Oh, was ist denn da? Einmal Reis. Und tschüss. Und tschüss. Die Kaffee. Die Weide tschüss. So, was haben wir dann noch? Und tschüss. So. Den verkaufen wir gerade überhaupt nicht. Sehe ich gerade. So. Okay. Lass ich wieder beginnen. Los gehts. Ölmehl haben wir noch. Was ist noch da? Ah, Nudeln. auch leer und raus damit würze kaffee aufgefüllt das ist das ist das ist so so So, vorne sogar. Grüner Tee. So. Und so. Jetzt muss man kurz gucken, was kauft ihr denn hier schönes. Ähm. Wird alles leer jetzt? Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Oh nein, wenn da jetzt alles leer ist, fehlt das gute. Siegfleisch. Ich brauche mir auf jeden Fall lästigfleisch. Steak, Steak, Steak. Steak. Geh mal, zweig mal. Kauken. Steakfleisch ist leer. Kann ich mal rein? Jetzt weiß ich, da. So. Und noch einmal. Ja. So. 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 Hähnchen ist auch leer. Ne, Hähnchen. Ich habe es schon eingebildet. Ich habe es schon eingebildet. Ja, ich habe es schon eingebildet. Hähnchen. Egal Leute, jetzt gibt es erstmal keine Hähnchen. Spaghetti. 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 Ja, ich habe es schon zu. Oh, Thunfisch ist auch komplett leer. Das ist ein Wunder. Nach so langer Zeit ist es schon Thunfisch leer. Ich habe den Thunfisch aber auch schon lang. Irgendwas, irgendeine Beschwerde kommt ja. Soda, die Grüne ist auch leer jetzt. Langschen-Saft, Appelsaft, alles leer. Appelsaft. Wir haben geschlossen ihn. Ja, das war ja sehr komplizierend. Das ist fast so. So. Und Orang-Saft. Die grüne Flasche gibt es hier nicht. Nur Cola gibt es hier. Ein Thunfisch, ja. Jetzt soll ja alle Thunfisch. So. Wir sind einfach vollständig, Junge. Ich wollte noch für 100 Euro bezahlen. So, da ist es schnell hier. Milch, Milch. Dann habe ich doch noch Flasmehl. Hm. Die Gelux in Weiß hinterher. Habe ich auch keine. Oder habe ich dir noch die Gelux in Weiß? Ja. Ja. Hm 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 hm. Findsch in Weiß. Ja, dass du noch ja, Ganz lustig würdest. Unsere Faculty Gun ist richtig. Wusste, dass 5 Menschen im Tell ist. so ein fisch ist alles jetzt gucken wir mal was wir hier zum füllen noch haben es ist so schick ross Toll diesmal, eine noch, schließen wir kurz hier ab, Cola 3, du 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 du, schließen wir auch kurz hier ab, was ist da noch, Coca Cola, ja, wir gehen doch kurz dahin, das ist jetzt, ist da, ne, da bekommst du noch schlipp, das ist leer, weg mit, das ist dieser Macaroni, Klasanniger, so, fertig, weg damit, wo war ein Grundsatz, der ist nur Käse, und, mit, so, haben wir jetzt auch weg, so, was habe ich denn noch, orange, was ist das, habe ich denn noch Platz für Joghurt, 1, 1, ist der, ne, ich weiß nicht, die, so, 1, no, okay, und, auf cliffiging, auf noch, also hier, ist der, ne, und ich noch lange, So, dann geht es auch dahin. Okay, stop. Und das habe ich schon auch hier. Das ist komplett fällig. Also dieser Dabee ist einsortiert. Da findet jetzt nur noch Fumos. Und Mehl. Hier habe ich schon diese... Oh, wieder eins. Wieder nur eins. Wofür verkaufst du ganze Zeit nicht den schwarzen Kaffee? Ach, okay. Aber mir habe ich jetzt den Karton auch leer. Hier draus sieht es aus wie eine Schweinestadt. So, was war das denn? Grüne Tee. Wo ist denn du denn da oben? Eins. So. So. Einmal. Zwei Mal. Äh, warte noch. Nein, der ist weg. Hier habe ich da noch was stehen. Oh, der Kaffee. So. Der kann auch rausfliegen. Tschüss. Flieg doch. Und du bist. Dann kannst du aufliegen. Ja, lieb. Das war es mit dem Video. Wir haben jetzt 11.654. Würde ich sagen... Ja, wir machen das. Würde ich sagen. Nicht mehr machen es. Verwandlung. Es gibt eine Erweiterung. Für 2.6. So. Das heißt... Wie habe ich es jetzt erweitert? Das ist die Frage. Wo ist denn das jetzt erweitert? Ah. Okay. Geht jetzt da hinten rein. Das kleine Loch. So. Ja, das geht noch hier hinten jetzt rein. Ja, das geht noch mal. Ja, das geht noch weiter, und dann nicht direkt rein. So. So. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 ok das haben wir hierhin auch jetzt noch platz wie ihr seht da können da auch noch egal oder so dass wir hier noch regale aufbauen können und dann auch schon hier weg die zenten und die lizenz mit knabber sticks kappen kappen sticks scharf so und so hier ist ein interessanter mit bier wodka dann kommt der chips da kommt noch eine sorte vom mehl dann kartoffelpüree pfeffer reis sandwich brot und puderzucker wie oft kommt jetzt wer doch dann kommt der gleichmittel mit der reineke die spiel spielt abs reiniger die spielmittel mit von dolan und toilet noch mal toilettenpapier das ist ja auch fertig was man mit mir hier alles gekauft haben was kostet schon von 60.000 wieso muss so viel geld haben wir bier bis die weinwein wäre das letzte aber hier kommt für der bier was ja auch war hier genau hier auch noch mal bier bk bier lager bier lager fast wodka whisky und wein vanille eis pizza es kommt noch einiges leute versprochen weil man schafft das sind ja auch noch weiter geht aber was bringt es mir alles fertig haben alles wird gebaut haben und so und dann können wir nicht weitermachen und ich hoffe der wachstum hier geht auch noch weiter weil sonst immer wirklich steigen wann da habe ich zwei kassierer lager habe ich gekauft lager ist dem tenzer marktlager erweiterung und weitere hat er kommen bald anpassung kommt auch bald weil dann können wir auch unseren eigenen namen geben aber was mich wundert warum ist es jetzt noch nicht diese kleine app mit den namenänderung von supermarkt hätten uns gleich machen okay erlieben ist was mit dem video und ist demnächst